Hallo Community, wir sind es wieder von Trader Online Video. Froth, hallo! Und ich, Gündalf. Wir haben hier die große Ehre, uns durch alle Artikel zu Magic the Gathering jenseits des Multiversums Herr der Ringe Geschichte aus Mittlernet unboxen zu dürfen. Wir sind gerade bei den Commander Decks und jetzt kommt Deck 2. Viel Spaß! Da liegen sie schon vor uns. Gelage und Gefährten, Reiter von Rohanrath, der Elben und die Horden Mordors. Aber die Horden Mordors nehmen wir schon mal ganz schnell weg, denn die wolltest du ja im ersten Video schon unboxen. Richtig. Das heißt, wir haben noch drei Stück. Ich wechsle mal zur normalen Stimme. Wir haben noch drei Decks übrig. Welches soll es denn jetzt sein? Gelage und Gefährten würde ich mal sagen. Ja, das gefällt mir vom Thema auch super. Okay, das Hobbit Deck. Gelage und Gefährten. Gut, in jedem Unboxing Video gibt es aber jetzt immer eine Verlosung von Ultimate Guard. Und in diesem Video gibt es eine Synergy Boulder Deck Case zu gewinnen. 100 plus heißt, es passen 100 Double Steve Karten rein oder 120 Single Sleeved. Und wie du siehst, Synergy ist in zwei verschiedene Farben. Cooler Mix. Was? Entsprechend könnt ihr euer Commander Deck da super drin aufbewahren, auch auf den Tisch stellen. Und stell dir vor, wenn man mehrere Synergy Boxen hat, kann man die Farben sogar mischen. Boah. Hammer, ne? Das ist krass. Übrigens laufen in den anderen Unboxing Videos ja auch noch Losungen. Da stellen wir immer unterschiedliche Artikel vor. Im Shop gibt es natürlich noch mehr Artikel, da könnt ihr auch gerne nachgucken. Aber hier, das Päckle könnt ihr gewinnen, wenn ihr was macht. Den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Dann schon mal viel Glück dabei. So, aber jetzt wollen wir rein ins Produkt. Generell, Commander Deck sind immer super. Herr der Ringe, Geschichte aus der Mittelerde hat einen mega Hype erfahren. Es ist ein One-Shot-Produkt. Wir können nur mal darauf hinweisen, wenn es euch interessiert, wartet nicht zu lange. Denn das kann man durchaus auch zu Weihnachten verschenken oder so. Aber zu Weihnachten wird man es ja wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Denn es ist nur eine Auflage. Manche Artikel sind auch schon ausverkauft, sind nicht mehr zu beziehen. Commander wird eins dieser Artikel sein. Das heißt, es ist ein sehr, sehr spannender Artikel, auf den auch schon sehr, sehr viele gewartet haben. Der Hype ist unglaublich hoch. Das Sauron-Deck ist ein absoluter Kracher, haben wir schon gesehen. Wir werden es selber auch spielen, wenn ihr auch mal Commander mitspielen wollt. Wir haben natürlich im Trading Superstore auch viele Events laufen, die jetzt auch mit Herr der Ringe zum Beispiel an den Start gehen. Zieht euch ein Ticket, kommt vorbei und spielt vielleicht sogar einen Stream mit. Aber dann gucken wir mal rein, was dieses Deck dann kann. Freunde bis zum Ende. Sammle deine Gefährten und kämpfe um das Schicksal von Mittelerde im ultimativen Multiplayer-Format von Magic. Frodo und Sam haben die Fähigkeit, Partner des jeweils anderen zu sein, sodass sie sich auf dem Spielfeld Seite an Seite bewegen können. Bereite ein Festmahl aus Speisespielsteinen zu, um Lebenspunkte dazu zu erhalten und um genügend Proviant für Frodos Reise nach Mordor bereitzustellen. Ich finde das Thema schon jetzt richtig super. Das haben sie echt super in das Magic-Format reingebracht. Frodo, abenteuerlistiger Hobbit und Sam, treuer Leibdiener. Die tapferen Hobbits Frodo und Beutelung und Sam was Gamgee begannen eine Mission von äußerster Wichtigkeit, den einen Ring nach Mordor zu bringen und ihn im Feuer des Schicksalsberges zu zerstören. Durch reine Entschlossenheit und dank ihrer unverwüßlichen Freundschaft bewiesen die beiden, dass nichts unmöglich ist, wenn es einen Funken Hoffnung gibt, so klein er auch sein mag. Inhalt 100 Kartendeck mit 20 neuen Karten, übergroße Edgevoll-Kommandeur-Karte, elf doppelseitige Spielsteinkarten, Deckbox, Lebenspunkte-Rat, Strategiebeilage, Regel-Referenz-Karte. Das haben wir hier schon ein bisschen vorgeöffnet. Und, na, kriege ich es auf? Ja, ich kriege es auch auf. Können wir da nämlich gleich mal ordentlich reingucken. Wollen wir das ja nicht großartig beschädigen hier. So. Ja, Commander-Decks sind immer eine gute Wahl. Und Herr der Ringe natürlich nochmal umso mehr, weil einfach dieses Spielgefühl super eingefangen wurde. Also das haben sie wirklich ganz, ganz toll designtechnisch umgesetzt. Ja, wie gesagt, das merken wir schon an euren Kommentaren, wie sehr ihr dem Ganzen auch entgegenfiebert, wie groß die Vorfreude ist und dass es einfach so, ja, vielleicht auch so die perfekte Kombination für Magic ist. Ja, Magic ist ja ein Fantasy-Trading-Kart-Game und dann Herr der Ringe, es passt halt einfach. Das heißt, auch wenn ihr Freunde, Freundinnen an Magic ranführen möchtet, es gibt ja auch einen Arena-Starter-Pack, das werden wir auch nochmal unboxen oder so, aber Commander und so, das ist alles eine super Welt, um Magic kennenzulernen. Also ist schon sehr, sehr episch, ja, wenn man damit startet. Deckbox passt, ne, passt das Deck auch mit Hüllen rein. Haben sie entsprechend gut bemessen. So, dann haben wir ein Lebenspunkterad. Geht entsprechend natürlich hier für 40 Lebenspunkte, das ist klar. Ne, haben wir im Commander ja. Dann haben wir dann eine Kurzanleitung, die uns nochmal ein paar Infos gibt. So, über die Commander-Spielregeln, sowie entsprechend, wie man das Deck spielt. Und nochmal Infos zu Frodo und zu Sam und zu den Magic-Farben. Sehr cool. Dann haben wir Tokens. Können wir schon mal gucken, was uns denn hier erwartet. Wir haben ja generell in den, wir haben ja schon mehrere Unboxing-Videos gemacht, in den News-Spoiler-XXL sind wir nochmal verstärkt auf die Fähigkeiten eingegangen, der Edition. Deswegen werden wir da jetzt an dieser Stelle nicht so viel drüber erzählen. Haben auch über den einen Ring gesprochen, hier, als Semblem, wie das denn so alles läuft. Ne, wenn ihr euch in Versuchung führt, also schaut da gerne mal rein. Und im Set-Booster-Display-Unboxing sind wir auch nochmal sehr stark auf die gewöhnlichen, urwöhnlichen Karten eingegangen. So, jetzt aber hier, Frodo haben wir einmal als Edge-Fall-Kommandeur, aber so eine Plastik-Magic-Karte, einfach zum Haben. Als Token erwarten uns im Deck Baumhirten, Vögel, Soldaten, Schätze natürlich. So, jetzt kommen die Speisen. Also ganz viele Halblinge. Da kommen die Speisen. Viele lecker Speisen. Ziegen. Noch mehr Speisen. Und ja, ich habe auch schon Appetit auf das Deck bekommen, muss ich sagen. Ja, schön ist ja immer, neben dem Deck gibt es immer eine Sammler-Booster-Probepackung. Auch das Sammler-Booster-Display haben wir euch schon geöffnet. Und das Set hat ja eine unglaublich hohe Sammelbarkeit durch verschiedene tolle Artworks. Dass man wirklich sagt, ich möchte da Szenen zusammensammeln oder Herr der Ringe-Design-Karten. Und man kann natürlich mit sehr, sehr viel Glück auch eine serielle Nummer-Karte finden. Zum Beispiel den Einen Ring der Menschen oder sonst irgendwas. Aber egal, gehen wir erstmal weiter. Hier haben wir jetzt drin Loto, korrupter Landbüttel. Schwarz, das passt ja, weil es ist ja ein Halbling. Schwarz, Weiß, 2-1. Immer wenn ein Spieler seinen zweiten Zauberspruch in der selben Zuges wirkt, verlierst du einen Lebenspunkt und erzeugst einen Schatzspielstein. Und das entsprechend hier als randlose Karte. Und in Voll darf es auch noch was sein. Da die Rosie verfolgt uns ein bisschen. Das lesen wir jetzt nicht vor, weil es ja ankam im Endeffekt und die haben wir schon ein paar Mal besprochen. Bei den anderen Unboxings. So, jetzt geht es deswegen dann mal ins Deck rein. Wie gesagt, 100-Karten-Deck. Im Sauron-Deck waren bei den 100-Karten, ich glaube, 44 Rares und Mythics drin. Also 20 neue Karten und 24 Reprints an Rares und Mythics, die es aber auch richtig in sich haben. Also auch wirklich sehr, sehr spielstarke Karten. Und jetzt wollen wir mal gucken, was uns denn hier so erwartet. Und dann darfst du wieder mit dem Frodo starten. Und ich mache dann mal mit Sam weiter. So, liegen sie gut im Bild? Ja, ne? Ja, mehr oder weniger. So. Frodo, Abenteuer, lustiger Hobbit. Für ein weißes, ein schwarzes Mann. Eine legendäre Kreatur. Halblings Speer. 1-3. Partner von Sam, Treuer, Leib, Diener. Wassermkeit. Immer wenn Frodo, Abenteuer, lustiger Hobbit, angreift. Und falls du in diesem Zuge 3 oder mehr Lebenswunde dazugehalten hast, führt der Ring dich in Versuchung. Falls dann Frodo der Ringträger ist und der Ring dich in diesen Partie 2 oder öfter mal in Versuchung geführt hat, ist hier eine Karte. Okay. Ja, Partner ist entsprechend dann ja Sam, Treuer, Leib, Diener. Genau. Grün, Weiß, ein beliebiges 2-4. Partner von Frodo, Abenteuer, lustiger Hobbit. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erzeugst du einen Speisespielstein. Er ist ein Artefakt mit für 2-Mahner-Tappen-Opfern. Du hältst 3 Lebenspunkte dazu. Aktivierte Fähigkeiten von Speisen, die du kontrollierst, kosten beim Aktivieren aber ein weniger. Jo. Der kann das. Sehr cool. Ja. So, jetzt geht's los. Die Bratpfanne. Erproppte Bratpfanne für 3-Mahner-Artefaktausrüstung. Wenn die Bratpfanne ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein. Erzeuge dann einen 1-1-weißen Halbling-Kreaturen-Spielstein und lege die Bratpfanne an ihn an. Die ausrüstete Kreatur hat immer, wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, erhält die Kreatur bis am Ende des Zuges plus x plus x, wobei x gleich der Anzahl an Lebenspunkten ist, die du dazu erhalten hast. Und Ausrüsten 2. Lustig. Wir werden sehr wahrscheinlich, also Speisen bringen uns ja 3, wenn wir sie opfern. Und ich glaube, da kannst du es ganz gut hochpumpen, ne? Richtig. So. Der Alte Ohm. Weiß und 2 Halbdinge sind der 2-3. Zu Beginn jedes Endsegments und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazugehalten hast, zieh eine Karte. Der ist stark. Der ist mächtig, ja. Ja, das wird einfach auch lustig sein, dieses Deck zu spielen. Man denkt ja auch, Speisen, ja, ja, aber nee, 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 nee. Gwai hier, mächtigster aller Adler für 5 Mana, 5,5 Vogeladliger, fliegend. Immer wenn Gwai hier angreift, erhält eine angreifende Kreatur deiner Wahl Flugfähigkeit bis am Ende des Zuges. Zu Beginn jedes Endsegments und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebensmittel dazugehalten hast, erzeuger einen 3-3-weißen Vogel-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Und immer wenn diese Kreatur angreift, erhält eine angreifende Kreatur deiner Wahl Flugfähigkeit bis am Ende des Zuges. Ja, da gibt es ja die Theorie, dass wenn die Hobbits eigentlich von vornherein über Gandalf die Vögel gerufen hätten, damit zum Schicksalsberg geflogen wären und den Ringrad weggeworfen hätten, dann wäre die ganze Reise ein bisschen günstiger gewesen. Aber wir hätten natürlich nicht diese schöne Abenteuer erlebt. Ja. Gut. Kräuter und Kaninchenpfeffer. Sehr cool. Äh, weiß und 2 in der Sage. Bei 1 legen der Plus 1-1-1-Marker bis zu einer Kreatur deiner Wahl. Erzeuger einen Speisespielstein. 2 ziehe eine Karte, erzeuger einen Speisespielstein. 3 erzeuge für jede Speise, die du kontrollierst, einen 1-1-weißen Heibling-Kreaturen-Spielstein. Da ist das Essen angeläutet. Gollum, getriebener Pirscher, für 2-Mana-1-1-Heibling-Schrecken, Schleichen. Diese Kreatur kann von Kreaturen mit Größballstärke nicht geblockt werden. Zu Beginn deines Endsegments verliert jeder Gegner, dem in dieser Partie von einer Kreatur namens Gollum, getriebener Pirscher, Kampfscharen zugefügt wurde, so viele Lebenspunkte, wie du in diesem Zug dazu erhalten hast. Mhh, auch interessant. Bei so vielen Speisen, bisschen viel. Der muss sich halt durchschleichen, ne? Äh, Lobelia-Verteidigerin von Beutelsent. Schwarz 2, 2-2, äh, wenn sie ins Spiel kommen, schaue dir die oberste Karte der Bibliothek jedes Gegners an und schicke die Karten verdeckt ins Exil. Tappen, Opfer, ein Artefakt, bestimme eines. Bis zum Ende des Zuges kannst du eine Karte, die von Lobelia ins Exil geschickt wurde, spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Oh, oh, oh. Oder jeder Gegner verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Das ist auch, äh, gut. Ja, gefällt mir auch. Ja, und die Artefakte sind ja dann eigentlich Speisen, die du opfern kannst, ne? Richtig. Gieriger Gast für 3 Mana 2-2, halblichen Bürger, bedrohlich, heißt also, kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Immer wenn ein oder mehrer Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampscher hinzufügen, erzeuge einen Speisespielstein. Immer wenn du eine Speise opferst, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf den gierigen Gast. Und wenn der gierige Gast das Spiel verlässt, verliert ein Gegner deiner Wahl Lebenshutte in Höhe seiner Stärke. Das ist einfach, das ist ein richtig cooles Flair. Der gierige Gast ist auch so. Opfer die Einberufung des Endings, erzeuge 3 getappte, xx-grüne, baumierte Kreaturen, Spielstelle, wobei x gleich der Anzahl an Lebenspunkten ist, die du in diesem Zug dazu erhalten hast. Lege auf jeden davon eine Reichweite-Marke. Kann auch stark werden. Der ist auch richtig stark. Der sieht ja so lustig aus, aber in dem Weg ist der schon heftig. Beherztes Pony. Grün und 4, ein Pferd. 3-3. Vorgensatz, Trampelschaden, Eile. Immer wenn das beherzte Pony angreift, erhalte die Kreaturen, plus 1-Plus-1 bis zum Ende des Zuges. Falls in diesem Zug eine Speise unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, enttappe jene Kreaturen und sie halten zusätzlich plus 2-Plus-2 bis zum Ende des Zuges. Du kannst dir nach und nach auch ein Pferdeleck bauen. Man kann ja mit den Einzelkarten noch weiterbauen. Aber wir haben uns das preisgekrönte Schwein für 2x103. Wildschwein. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege entsprechend viele Schleifenmarken auf das preisgekrönte Schwein. Falls dann 3 oder mehr Schleifenmarken auf ihm liegen, entferne die Marken und dann tappe es. Tappen erzeuger immer nach einer beliebigen Farbe. Ich mag das Deck. Bankettgäste. Grün-Weiß-X-00-Affinität zu Speisen. Das heißt, dieser Zauberflug kostet beim Wirken für jede Speise ein weniger. Verursacht Trampelschaden. Die Bankettgäste kommen mit 2xX-1-Plus-1-Marken ins Spiel und für 2 opfern eine Speise. Die Bankettgäste erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ich sag dir, das Deck wird stark sein. Das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen so, ach Jörg, ist ja ganz lustig. Aber pass mal auf. Mordors Horde war so richtig düster und das ist so richtig fröhlich. Ja, genau. Bilbo, das Geburtstagskind. Für ein weißes, ein schwarzes, ein grünes Mana Halbling Räuber 2-3. Falls du Lebenspunkte dazu erhalten würdest, erhältst du stattdessen so viele Lebenspunkte plus einen dazu. Und für zwei beliebige Mana und ein weißes, schwarzes, grünes Mana und Tappen schicke Bilbo, das Geburtstagskind, ins Sextil durchsuchen deine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Kreaturenkarten. Bring sie in ein Spiel und Mischwörder nach. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du 1, 1, 1 oder mehr Lebenspunkte hast. Also 111. 111 oder mehr Lebenspunkte. Ja, dann müssen wir aber nur kräftig Lebenspunkte generieren. Ja, genau. Bauer Hüttinger. Grün, weiß, x, 1, 1. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge x, 1, 1, 2, halb den Kreaturen-Spielstein und x Speisespielstein. Speisespielstein-Boost. Mary, Truchses von Isengard. Isengard. Isengard für 3 Mana, 1, 4. Partner von Pippin, Truchses von Isengard. Ja. Immer wenn ein oder mehrere Artefakte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, erzeuge eine 1, 1, weißen Soldat-Kreaturen-Spielstein. Mit Lebenspunkte und diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Da kommt dann entsprechend Pippin. Ja, Partner von Mary, 2, 2 und für 2 Mana entsprechend auch. Und 1 Mana tappen, erzeuge einen Speisespielstein. Wir machen ganz, 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 ganz viel Speisen. Und tappen Opfere 4 Speisen. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten. Plus 3, plus 3 und Eile bis zum Ende des Zuges aktiviert die Fähigkeit wie eine Hexerei. Baumbarte, großzügiger Gastgeber für 4 Mana. Darunter ein grünes, ein weißes 0,5 Baum. Hier, Toffer sagt, Trampe Schaden und Abwehr 2. Heißt also, wenn jemand ihn mit einer Fähigkeit oder einem Zauberspruch als Ziel nimmt, muss der Spieler 2 Leben Mana mehr bezahlen, sonst viertel der Zauberspruch. Wenn Baumbart ins Spiel kommt, erzeuge 2 Speisespielsteine. Und immer wenn du Lebenspunkte dazu hältst, lege entsprechend viele plus 1, plus 1 Marken auf einen Halbling oder einen Baum hier in deiner Wahl. Oh, oh, stark. Ja, die werden dann einfach so richtig krass hochgepusht, ne? Ja. So. Heatline-Seil. 2 Mana, Artefakt, kann nicht geopfert werden. Aha. Für 1 tappen die Suchtanker Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringen sie getappt den Spiel, mischt er danach. Der Spieler rechts von dir übernimmt die Kontrolle über das Seil. Und für 2 tappen ziehe er eine Karte. Der Spieler rechts von dir übernimmt die Kontrolle über das Seil. Ah. Da geht's nochmal ein bisschen rum. Aufruf zur Einigkeit für 5 Mana, Versorgung, Rebellion zu Beginn deines Endsegments. Und falls in diesem Zug eine blinde Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, lege eine Einigkeitsmarke auf den Aufruf zur Einigkeit. Kreaturen, die du kontrollierst, 1 plus 1 plus 1 für jede Einigkeitsmarke auf dem Aufruf zur Einigkeit. Uh. Den finde ich auch richtig, richtig stark. Das kann auch richtig hochgehen. Also später im Verlauf des Spiels. Krass. Hoffnungsschimmer. Weiß 1, Verzauberung. Immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, kannst du 2 bezahlen, falls du es zust, ziehe eine Karte. Also auch da nochmal einfach Card Draw gewinnt das Spiel. Und für 4 Mana, Erzeuger und 1, 1 Weißen oder Kreaturen, spielst du mit Lebensverknüpfung. Oh ja. Sonnenuntergang für 4 Mana, Hexerei, Zerstörer, alle Kreaturen mit Strecke, 3 oder mehr. Oder es ist... Da sind wir jetzt gerade bei den Reprints übrigens. Genau. Sonnenaufgang für 5 Mana, Hexerei, mit Nachhall, wicke diesen Zauber-Spruch nur aus deinem Friedhof, schicke ihn danach ins Exil. Bringe alle Kreaturenkarten mit Strecke, 2 oder weniger aus deinem Friedhof, auf deine Hand zurück. Mhm. Die Mächtigen stürzen, Weiß und 4, Hexerei, Zerstöre, jede Kreatur, deren Stärke größer ist, als die Stärke einer Kreatur deiner Wahl. Auch sehr schön, da kannst du ein bisschen mit spielen damit sprechen, was es dann so passt. Ausräuchern für 5 Mana, Hexerei, Zerstöre, alle Kreaturen, du erhältst für jede auf die so weit zerstörte Kreatur ein Lebenspunkt dazu. Ja. Du musst ja irgendwie auf die 111 kommen. Ja, genau. Mentor der Sanften, Weiß und 2, 2, 2. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deinem Kroll ins Spiel kommt, kannst du eins bezahlen, falls du es suchst, zieh eine Karte. Mir gefällt das Deck. Sehr gut konzipiert. Blutrotor, Bund für 5 Mana Verzauerung. Immer wenn du Lebenspunkte zu erhältst, verliert ein Gegner deiner Wahl entsprechend viele Lebenspunkte. Das kann einfach töten. In dem Deck auf jeden Fall. Toxische Sintflut, Schwarz und 2 Hexerei, bezahlt x Lebenspunkte als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Alle Kreaturen erhalten minus x, minus x bis zu Ende des Zuges. Haben wir schon praktisch das dritte Mass Removal in dem Deck. Oh, die Paradiesvögel. Ja. Für ein grünes Mana, 0,1. Ja, Vogelfliegen, Tappenerzeuger, ein Mana in einer beliebigen Farbe. Super. Sehr starker Reprint und tatsächlich gefällt mir das Artwork auch richtig gut, muss ich sagen. Goldene Gans, da ist der nächste Vogel. Ah, passt auch gut. Also ihr kriegt in dem Deck einfach auch mega spielstarke Karten an, mit denen ihr ja auch weiterbauen könnt. Goldene Gans, ebenfalls so Topkarte. Ein grünes Mana, 0,2 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeugt es einen Speisespielstein. Und für 1 und Grün und Tappen erzeugt man noch mehr Speisespielsteine. Und für Tappen Opfer eine Speise, erzeugt ein Mana in einer beliebigen Farbe. Passt super an Stake. Ja. Oberster Holzeinschläger für 8 Mana, darunter 3 grüne 6-6. Baumhierter Schamana, versagt Trampischan. Wenn der oberste Holzeinschläger ins Spiel kommt, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die keine Kreatur ist und Beharrlichkeit. Wenn diese Kreatur stirbt und falls keine minus 1, minus 1 Marke auf ihr lag, bringe sie mit einer minus 1, minus 1 Marke unter Kontrolle ihres besessenes Spiel zurück. Auch immer super fett. Bisschen was zum draufhauen, ne? Ja. Schmerzerfüllte Auslöschung, wieder ein Removal, weiß, schwarz, 1, spontan, sauber, schick, eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist ins Exil, du verlierst 3 Lebenspunkte. Das ist ganz egal, weil wir nehmen einfach eine mega starke Bedrohung weg. Ganz egal, was es ist, darf halt nur kein Land sein. Die chromatische Laterne für 3 Mana Artefaktländer, die du kontrollierst haben, tappen, erzeuger ein Mana in beliebigen Farbe und tappen, erzeuger ein Mana in beliebigen Farbe. Handelsposten, 4 Mana Artefakt, 1 tappen, wirf eine Karte ab, du erhältst 4 Lebenspunkte. Ja. 1 tappen, bezahle einen Lebenspunkt, erzeug einen 0,1 weißen Ziegekreaturen-Spielstand, 1 tappen, opfer eine Kreatur, bringe eine Artefaktkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deinen Hand zurück und 1 tappen, opfer ein Artefakt, ziehe eine Karte. Der kann praktisch auch alles, eine sehr, sehr schöne Toolkarte. Der Brunnen der Verlorenen Träume für 4 Mana Artefakt, immer wenn du Lebenspunkte dazuhälst, kannst du x bezahlen, wobei x kleiner oder gleich der Anzahl an dazuhaltenden Lebenspunkten ist, falls du dir das zuckst, ziehe x Karten. Gecheckt? Ja. Mega stark in dem Deck. Mega gut. So, jetzt kommen wir zu der Mana Support, Gestrüppland, ist ein paar innen Land, tappen, farbloses Mana oder für 1 Punkt Schaden grün oder weiß. Ein sehr schönes Bild, ne? Ja, Blätterdach, Panorama, ist ein Wald oder eine Ebene, erzeugt also auch ein grünes oder weißes Mana, kommt getappt ins Spiel, sei denn du konntest zwar oder mehr Sternenländer. In dem Sauron-Deck hatten wir auch mega viel Mana Support, richtig gut. Exotischer Obstgarten war in dem Sauron-Deck nicht drin, hier aber dann wieder Land tappen, erzeugt Mana, bliebigen Farbe, das ist ein Land, das einen Gegnerkonsolid produzieren könnte. Ich habe die Artworks gefallen, weil die richtig gut sind, richtig schön. Befestigtes Dorf, wenn es in ein Spiel kommt, kannst du eine Wald- oder Ebene-Karte aus deiner Hand auf dem Vorzeigen, falls du es nicht tust, kommt es getappt ins Spiel, macht ein grünes oder weißes Mana. Die Artworks sind super. Ja. Isolierte Kapelle, auch wieder ein starkes Doppelland, kommt getappt ins Spiel, sei denn du konntest, eine Ebene oder ein Sumpf und dann für Tappen weiß oder schwarzes Mana. Murmelndes Gehölz ist ein Wald, macht also auch ein grünes Mana und so wie das murmelnde Gehölz ins Spiel kommt, kannst du eine Baumhirte-Karte aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies nicht tust, kommt das murmelnde Gehölz getappt ins Spiel und Tappen macht ein weißes oder schwarzes Mana, dann führt das dabei einen Schanspunkt zu. Pass aus Super-Einstell. Ja, ja. Necroblütenknoten, wenn du in das Spiel kommst, kannst du eine Sumpf- oder Waldkarte aus deiner Hand offen vorzeigen, falls es nicht ist, ist es dann getappt und dann wieder Mana-Fixing für schwarz oder grün. Verstreute Heine, ist ein Wald und eine Ebene, hast du also auch wieder ein grünes oder ein weißes Mana, kommt getappt ins Spiel und umwandeln für zwei Heine, man kann diese Karte aufwerfen und eine Karte ziehen. Wir sind immer noch bei den Rares. Leuchtschattenknoten, wieder entsprechend ein Knotenland und dann hier Mana für weiß oder schwarz fürs Tappen. Sonnenblütenhain, kommt getappt ins Spiel, seid ihr nur Kontrollist, ein Wald oder eine Ebene, Tappen macht ein grünes oder weißes Mana. Wahnsinnig starker Rare-Land-Support, das geht noch weiter mit dem Waldfriedhof, da kommt getappt ins Spiel, seid ihr nur Kontrollist, ein Sumpf oder ein Wald und dann hier schwarz oder grünes Mana. Jetzt hört's auf. So, mal gucken wie auch dieser Stapel ist, wir zählen mal wieder durch wie viele Rares und Mystics, 38, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Rares und Mystics sogar, das ist beinahe die Hälfte. Ja. Wahnsinn. Krass. Also unglaublich, da seht ihr nochmal wie viel Power in diesen Decks drin steckt, ne. 20 neue Karten, aber entsprechend auch 26 Reprint, Rares und Mystics, aber das ist schon mal mega krass, aber die Cummins, Ankommins, die werden sich auch nicht lumpen lassen. Und ich find's super gut, dass du so viel Mana-Support hast, so viel Rare-Land da drin hast. Ja, und die haben auch alle ein neues super schönes Artwork. So. Adler des Nordens. Für 6 Mana, 3, 3, Vogel, Soldat, Fliegen, wenn die Adler des Nordens ins Spiel kommen, erhalten Kreaturen. Du kontrollierst plus 1, plus 0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges und Ebenenumwandlung für 1. Also man kann diese Karte aufhören und seine Bibliothek nach einer Ebene schnellerer Karte durchsuchen, sie auf dem Fahrzeug und auf der Hand nehmen. Und danach müssen. So. Landrowal, Zeuge des Horizonts, Weiß und 4, Vogelartiger, 3, 4 fliegend, immer wenn zwei oder mehr Kreaturen, die du kontrollierst, ein Spieler angreifen hält, eine angreifende nicht fliegende Kreatur deiner Wahl, Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Jo. Rosie Hüttinger vom Südweg, kennen wir die Karte? Mhm. Für 3 Mana 1, 1, Heibling Gesinde. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein. Immer wenn du einen Speisespielstein erzeugst, lege eine plus 1, plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, außer Rosie. Ja, ist ein gutes Beispiel, dass wir verschiedene Artworks entsprechend haben. Ne, das ist jetzt ja auch keine Commanderkarte, äh, wie wir sehen. Ne, doch, ist ne Commanderkarte. Ne, 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 ne. Ist das Commanderartwork, ne? Ne, das ist, äh, das ganze mal das Set. Das Set ist Symbol. Okay. Gut. Weiter. Steht ja auch LTR unten dran. So. Äh, Landbüttel des Auenlandes. Weiß und 1, äh, 2, 2 Wachsamkeit. Wenn das Spiel kommt, äh, kannst du einen Spielstein opfern. Wenn du dies tust, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert in 6 Ziel, bis der Landbüttel des Auenlandes das Spiel verlässt. Düsterwald, viele Mäuse für 4 Mana, 2, 3 fliegend. Immer wenn du einen Spielstein erzeugst oder Opferst, verliert jeder Gedeih im Mut. Mhm. Ja, natürlich die ganzen Speisen, das ist auch gut. Mhm. Äh, großzügiger End. Grün und 5 Baumhierte, 5, 7 Reichweite. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuger einen Speisespielstein und Waldumwandlung 1. Weg in 6 Ziel, eine super Karte für ein weißes Mana. Spontans, aber äh, schicke eine Kreatur deiner Wahl in 6 Ziel. Er beherrscht, er kann seine Bibliothek nach einer Standardkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Auch ne sehr wertige, sehr spielstarke Ankammkarte, also top. Oh, ja. Schwert als Flugstein auch noch mit dabei, das ist eigentlich so das beste Removal unter Weiß in Magic, was es gibt, gefolgt vom Weg ins Exil. Ne, ähm, ja, einfach das machen, da spontan, zauber, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, er beherrscht, er halt Lebenspunkte in Höhe ihrer Stärke dazu. Kann man auch mit rumtricksen, gerade bei dir jetzt in deinem Deck kannst du auch was von dir selber wegopfern, Lebenspunkte bekommen und der andere kriegt dann irgendwie Schaden oder tralala. Ja. Erneuerung des Augenlands. Möglichkeiten, Froth, Möglichkeiten. Ja. Für 2-mal eine Hexerei, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, erzeuge einen Speisespielstein. Mhm. Auch schön. Butterblume wird aus Bré, Grün-Weiß 2, 3-3, zu Beginn deines Endsegments und falls du keine Speise kontrollierst, erzeuge einen Speisespielstein. Du musst eben alles schön schnell wegfuttern, dann gibt's Nachschlag. Einfall in die Gruft für 3-Mahner-Spontanzerfahrer. Schicke alle Kreaturen, Karin, aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Du erhältst für jede Karte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde, 3 Lebenspunkte dazu. Mhm. Hoho. An die Kehle gehen. Oh, cooles Hardwork dazu, ja. Schwarz 1, Spontanzerfahrer, Zerstörer, eine Nicht-Artefakt-Kreatur deiner Wahl. Schatz, Schatz, Schatz. Uh, Nachgeflüster für 2-Mahner-Hexerei. Du ziehst 2 Karten und verlierst 2 Lebenspunkte. Mhm. Kultivieren. Grün und 2-Hexerei. Du suchst deine Bibliothek, dann bist du 2 Standardlandkarten, zeigst dir offen vor, bring einen davon getappt ins Spiel und den anderen auf deine Hand und dann schön mischen. Hüter des Lebenssafts, äh, für ein grünes Mana 1-1. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhältst du ein Linkspiel dazu. Das wird auch viel sein, der Multiplayer. Ja. Fernsuche. Mana Fixing, wieder ein grünes 1, durchsucht deine Bibliothek nach einer Ebene, Insel, Sumpf oder Gebirgekarte, bringen sie getappt ins Spiel und mischen danach. Riesen, äh, Eichenwächter. Für 6 Mana, 4-5 Aufblitzen, Reichweite. Weiß nicht, man kann die mit Spontanzerfahrgeschwindigkeit spielen. Wenn der Riesen-Eichenwächter ins Spiel kommt, bekommt einen Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahlkontrolle, plus 2, plus 2, plus mindestens zuges. Enttappe sie. Oh, stark. Ja. In Einklang bringen. Bestes Card-Raw und, ja, lustiges Bild, ja, lustiges Bild. Äh, 2 grüne und 2, äh, ziehe 3 Karten. Obstgartenschreiter für 6 Mana, 6-4. Wenn der Obstgartenschreiter ins Spiel kommt, erzeugt 2 Speisespielsteine. Standardumwandlung für 2 Mana. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lächle die ganze Zeit. Das sieht man nur unter dem Bart nicht, ne? Aber es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich finde das auch so richtig fröhlich, das Deck. Das ist sehr schön. Wohlhabender wird. Grün und 1. 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, erzeugt einen Speisespielstein. Schatzspielstein. Entschuldigung. Immer wenn eine andere Kreature unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Terrassenhang im Auenland. Für ein, äh, ja, für Tappen erzeugt das ein Fahrtlose Mana und für ein beliebiges Mana. Und tappen auch für den Terrassenhang im Auenland. Tüchst du an deinem Bibliothek nach einer Standardkarte. Bringe sie getappt und spüren. Misch danach. Mhm. Unermüdliche Versorgerin. Grün und 2, 3, 2, 11 Speer. Landung. Immer wenn ein Land unter einer Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen Speisespielstein oder einen Schatzspielstein. Kasteiung. Für ein beliebiges Einweis ist ein schwarzer Spontanz. Zerstore eine Kreatur oder eine Verzorgung deiner Wahl. Ja, strong. Gerissene Jägerin. Die kennen wir noch aus Eldraine. Äh, schwarz-grün 1, 3, 3. Immer wenn sie angreift oder blockt, erzeuge einen Speisespielstein. Opfere 2 Speisen, ziehe eine Karte. Ja, die Artworks, da kommt man ein bisschen durcheinander. Natürlich, ja. Aber das ist eine Topkarte. Arcanus Petstaff für 2 Mana. Artefakt. Tappenerzeuger 1 Mana in der beliebigen Farbe. Der Farbidentität, dann ist Kommandeurs. Mhm. Sphäre des Kommandeurs. Darf ein Mana-Deck nicht fehlen. 3 Mana-Artefakt. Tappenerzeuger 1 Mana in der beliebigen Farbe. Der Farbidentität des Kommandeurs. Opfer die Sphäre. Ziehe eine Karte. Makelloser Talisman für 3 Mana-Artefakt. Tappenerzeuger 1 Farbloses Mana. Du hältst seinen Lebenshund dazu. Mhm. Sonnenring. Im schönen Artwork hier, passend zur Erde Ringe, 1 Mana-Artefakt. Tappen, 2 Mana bekommen. Zugangstunnel. Tappenerzeuger 1 Farbloses Mana für 3 Mana und Tappener eine 1 Mana in der beliebigen Farbe. Der Farbidentität. Dann ist Kommandeurs. Mhm. Sich entfaltende Wildnis. Kennen wir. Tappen, Opfern. Durchsucht Bibliotheken an einer Standardlandkarte. Bringen sie in das Spiel. Mischen danach. Geisterviertel. Cool. Das ist ein Land. Tappenerzeuger 1 Farbloses Mana und Tappen auf das Geisterviertel. Zerstöre ein Land deiner Wahl. Sein Beherrscher kann seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen. Sie ins Spiel bringen und danach mischen. Das ist auch eine sehr starke Karte. Graupelzrefugium. Kommt getappt ins Spiel und wenn sie ins Spiel kommt, Geld zu einem Lebenspunkt dazu und dann Tappen für Grün oder Weiß. Fahrt er an. Kommt getappt ins Spiel. Tappenerzeuger 1 Mana in einer beliebigen Farbe. Der Farbidentität dann ist Kommandeurs. Wenn dieses Mana ausgegeben wird, um einen Kreaturensauber zu wirken, der einen Kreaturentyp mit dem Kommandeur gemeinsam hat, wenn er sich eins an. Mhm. Schleichweg der Diebe. Ja, auch sehr, sehr schön. Ich finde das abwürdig. Tappen farbloses Mana oder für 4 Mana eine Kreatur deiner Wahl kann diesem Zug nicht geblockt werden. Hatten wir schon Spiele gewonnen. Ja, mir auch. Sand, Steppen, Zitadelle. Kommt getappt ins Spiel. Tappen wir jetzt an weißes, schwarzes oder grünes Mana. Mhm. Verlassene Ödnis. Kommt getappt ins Spiel. Wenn das Spiel kommt, kriegst du einen Lebenspunkt und dann Mana fixen für weiß oder schwarz. Dann kommen die Basic Lands. Dürfen auch nicht fehlen. Da haben wir dann entsprechend Ebenen. Sumpfe und Wälder. Ja. Sehr, sehr schönes Deck. Sehr freudig. Man will sie einfach alle spielen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist einfach direkt zum... Ja, also das Feeling bringen sie super rüber. Finde ich auch. Die Umsetzung ist absolut gelungen. Also ganz, ganz toll. Natürlich war klar, dass Magic da ganz, ganz viel Herzblut reinsteckt. Aber wir fühlen das hier auch. Und ja. Ja, also auch das zweite Deck. Absolut klasse. Es wird sich natürlich total unterschiedlich spielen. Das ist ja auch das Schöne dabei, dass in den Commander Partien jeder dann so eine andere Rolle auch übernimmt. Genau. Also von uns definitiv beide Daumen hoch. Ganz, ganz toll. Ein Traum wird wahr. Ja, und jetzt schreibt mal eure Feelings in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, das Deck gefällt, droppt ein Like. Und abonniert natürlich den Kanal. Unterstützt uns damit und schaut natürlich in die anderen Videos rein. Das heißt, wir haben ja schon Unboxing-Videos gebracht. Aber es kommen natürlich noch viele weitere. Immer schön mit Ultimate-Guard-Verlosungen jetzt mit dabei. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Videos auf dem Kanal. Trader-Online-Video, wie zum Beispiel die Magic-News, die euch informiert halten. Die besten Magic-Karten ihrer Art stellen wir euch regelmäßig vor. Ihr könnt Regelfragen stellen, die auch von Patrick beantwortet werden, in den Frag-den-judge-Videos und so weiter und so fort. Da wird uns also nicht langweilig. Ja, und jetzt sind wir erstmal im Herr-der-Ringe-Universum gelandet. Schön ist es. Mega. Sehr schön, sehr schön. Hast du irgendwie eine Lieblingskarte? Aus dem Deck, wo du sagst, die hat mich am meisten abgeholt. Es gibt so viele lustige Halblinge irgendwie, ne? Lieblingskarte kann ich nicht sagen, aber es gab so viele super Artworks vom Auenland. Ja. Oder halt von der Abenteuergruppe sozusagen, ne? Wie die Bahnen waren, in der Badebahnen. Das hab ich auch als Kartenbild jetzt noch vor Augen, ne? Und ja, es wird einfach sich sehr lustig spielen, ne? Und die Spielstärke wird man nicht unterschätzen dürfen. Ja. Denn Speisen wird schon alles super gut ineinander greifen. Also, ich will sie einfach alle spielen. Ich will sie alle haben. Ich will sie alle spielen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, holt mich total ab, Leute. Ja, aber in dieser Stelle genug gelobt. Und ja, dann sind wir an dieser Stelle raus. Wir wünschen euch viel Freude mit Magic the Game of the Ring und natürlich megamäßig mit Herr-der-Ringe Geschichten aus Mittelerde. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.